Dann fragte ich sie, warum sie nach Herberts Tod keinen anderen genommen hat. Dieser Satz aus Bernhard Schlings neuem Roman Olga führt uns einerseits genau ins Herzen dessen, was das Buch beschreibt und andererseits führt er uns auf eine falsche Spur. Denn man hört ja schon, da ist ein Ich-Erzähler zugange, aber den Ich-Erzähler gibt es nur im Mittelteil dieses Buches. Das besteht aus drei Teilen und die sind jeweils aus unterschiedlichen Erzählperspektiven erzählt. Das ist ganz ungewöhnlich für Schlink, der sich bislang immer auf eine Perspektive beschränkt hat. Sein Thema ist immer in gewisser Weise die deutsche Geschichte, das ist auch bei Olga so. Da bekommen wir das Lebensschicksal einer Frau erzählt, die 1883 geboren ist und Anfang der 70er Jahre stirbt, also über fast neun Jahrzehnte hinweg wird erzählt. Und das große Rätsel dieser Figur und in gewisser Weise fast wie ein Krimi ist dann auch das Buch aufgebaut, besteht darin, warum sie sich nach einer ganz großen Liebesaffäre mit dem eben erwähnten Herbert sich nicht noch einmal verliebt. Und ich darf leider Gottes nicht im geringsten andeuten, wie dieses Rätsel zu lösen ist, denn es wird natürlich hier drin gelöst, denn damit würde man zu viel Preis geben von dem, was den spezifischen Reiz dieses Buches ausmacht. Und der liegt vor allem darin, dass man die Konstellationen der Figuren zueinander zwar sehr begeistert nachverfolgt, aber dann doch bis zuletzt eigentlich nicht komplett versteht. Wenn er jetzt noch riskiert hätte, das Ganze ein bisschen wahrgemutiger zu formulieren, sich nicht auf seine doch etwas zurückgenommene Schreibweise zu beschränken und den großen Emotionen, die gerade auf Olgas Seite entstehen, auch eine entsprechend bilderreiche und vehemente Sprache zu verleihen, dann wäre das ein unglaublich wunderbarer Roman geworden. So ist es ein sehr, sehr lesenswerter, aber auf das richtig große Buch von Bernhard Schlink warte ich, ungeachtet des Riesenerfolgs vom Vorleser und von anderen Büchern von ihm immer noch.